Sie glauben, Sie sind eine Katze. Also, das müssen Sie mir erklären. Beschreiben Sie das doch mal. Wie fühlt sich das so an, wenn Sie auf der Heizung liegen und sich das Handgelenk lecken? Warum sind Sie ausgerechnet eine Katze? Warum kein ungezähmtes Tier, kein Wild? Haben Sie denn keine Angst, einsam zu sterben?